Ich würd's auch nicht die ganze... Ja, ja, das ist perfekt. Das ist absolut perfekt. Das ist ja eigentlich... Ja, ich würd sagen, ich heiß John. Ich stelle mir vor, dass ich so Mitte 30 bin. Hab gerade meine ersten Midlife-Crisis hinter mir. Bin quasi von dem Bauernhof, wo ich mit meiner Frau und meinen Kindern gelebt habe. Leider wegen der Zwangsräubung in dieses Tierheim gekommen. Bin deswegen auch so ein bisschen abgerutscht, muss ich sagen. Also, ich misch mir auch mal ein bisschen was ins Heu, wenn du verstehst. Jumbo kommt nicht aus dem Zirkus und ich komme nicht von der Weide. Ich kenne Jumbo schon seit vielen Jahren. Wir hatten den gleichen Besitzer. Ein kleines Mädchen, das hatte rote Haare. Sie dachte, dass zweimal zwei gleich neun ist. Das wird ein kunterbuntes Haus. Oh mein Gott, nein. Nein. Nein, das passiert ja gerade nicht. Du hältst den Rand und lässt Jumbo die Machtposition, die jetzt frei geworden ist, einnehmen. Unser Heu-Business wird florieren und Pipi wird ihr ausbrechen.